Okay, willst du dich einmal kurz nochmal mit den Waren wehren, so mit den Settings? Äh, ich lauf einmal im Kreis und dann dürfte es eigentlich wieder sein. Ah, so Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Raff, raff, raff! Oh, die Sauerstoffflasche, Alter, wie nice ist das denn? Und wie Billo, die gleichzeitig ist. Ey, jo, ist selbst gemacht, ey, richtig taure, eigentlich. So eine geile Plastikflasche, mit so einem neuen, sieht aus wie so eine Plastikbong, ey. Du weißt jetzt nicht, was hier das Plastikflaschen-Shaming soll, aber musst du es. Ja, heute ist der Bram dabei vom Pete's Meet, moin. Ähm, der Sepp war ja auch schon mal dabei. Au, er macht mich weg! Oh, die Strömung, die Strömung! Nee! Das Witzige ist, die Pete's haben ja auch 40 Parts, den Raff mal damals gemacht. Ich weiß nicht genau, aber genau bis hierhin. Also, wir haben halt die Insel noch erkundet und dann haben wir beendet. Okay, dann halt mal die Fresse, aber wir gehen da jetzt auf. Ja, ich halt die Fresse, wir gehen da jetzt auf. Wir fangen unten an. Ach, scheiße. 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 Ja, gut. So. Also, Scrap aufnehmen, okay. Noch mehr. Ja, wow, okay. Aber wo ist der krasse Loot? Das T6, Alter. Illidan Blades, wo sind sie? Okay. Alter, er greift halt da schon wieder an, ne? Ich hör's halt. Dieser kleine B***er, ey, der wartet nur, dass man das Boot verlässt. Sollen wir den nicht kurz schritten? Ja, eigentlich schon, oder? Ja, komm, lass den weg snacken, Alter. Ich hab Bock auf Fisch. Alter, hat er jetzt bei der... Oh, er hat das zweite Stück gestreckt, der wirklich. Leider. Siehst du die? Ja, direkt zurück. Ich habe großen Hunger. Oh, es sind zwei. Nee, das ist wieder hoch. Das ist ein zweites, das schaffen wir nicht. Oh, der hat wieder Fuß. Scheiße. Es sind halt wirklich zwei, diese F***er. Okay, also ich denke mal, ganz oben ist der krasse Loot. Gehe ich fest von aus. Oh, hier ist eine Kiste. Alter, okay. Da war schon High Loot drin, Alter, mit Glas und so. So, Plastik. Ja, wow, Plastik. Alter, es geht richtig weit hoch. Oh, scheiße. Hier fällt man... Nee, doch nicht. Ich dachte, hier fällt man ganz runter. Okay. Also hier ist nochmal eine fette Kiste. Und hier ist jetzt... Okay. All eyes will melt, scientists estimated two years. Okay, also es ist jetzt die krasse Storyline dahinter hier, dass alles voll mit Wasser ist. Waterworld. Ja, haben wir das Spiel jetzt durch, oder? An der Stelle haben wir damals gesagt, okay, wir gucken wieder rein. Aber mittlerweile weiß es doch, dass es so einen Teil von Utopia geben soll. So eine Insel halt. Ja, es soll so eine große, fette Insel geben. Ja, lass sie doch jetzt suchen, würde ich sagen. Ja, aber es muss doch hier... Also wir müssen doch jetzt hier irgendwas... Nee. Also irgendwie Hinweis... Also wie findet man die? Ja, genau. Wir müssen jetzt außerhalb der Sicht von einem Radio Tower. Echt? Und dann? Dann gucken wir aufs Radio. Ach, meinst du, dass sich dann updatet, oder wie? Dann kriegen wir Dead Island. Echt? Ist das so? Oh. Ach, scheiße. Wie geht das nochmal? Äh, man muss ja das so komisch lesen, das Radio, wa? Unten links ist jetzt... Ja, das ist jetzt einfach die Richtung. Aber das ist tatsächlich nicht die Richtung aus der... Ja, wir fahren quasi fast richtig. Ja, geil. Finden wir jetzt die krasse Insel. 3 Uhr 28 nachts. Alter, bei Nacht sehe ich gar nichts. Ja, der hat die ganze Zeit gefressen. Man hört es nur nicht, weil das Meer so laut ist. Ach so, weil das Meer so laut ist. Ja, okay, dann haben wir auch nicht mitbekommen. Das ist ein secret, ey. Da, du f***er Hai. Oh, Alter. Alter, wie oft muss ich den denn piksen? Fünfmal? Wir haben ein Säckchen, ey. Ja, er ist ja auf Ultra. Da ist sie! Echt? Da ist sie! Oh, lol! Alter, das ist ja richtig die fette Insel. Boah, das ist so lecker. Er gönnt uns auch keinen Moment, ne? Wartest du wohl da oben drauf auf dem Turm? Da ist doch die einzige auf dem Ding. Das ist doch die einzige Fahrt, die sich jeder stellt, oder? Wie klettert man da hoch, Alter? Ey, da kannst du gleich im Kreis hochlaufen einfach. Ja, das machen wir jetzt scheiß aufs Boot, oder? Ey, wenn du sagst ja, dann seh ich mich da. Dann morgen. Ja, okay, dann go. Ich bin jetzt halb voll, das muss reichen. Ja, okay, komm. Scheiß drauf, und wenn ich dabei sterbe. Ja, wenn du ganz oben Hunger kriegst, bist du halt tot, ne? Ja, ich will doch den sich nicht mal zu essen geben. Bäume. Noch mehr Bäume. Ich kann mal ein bisschen was abhauen. Jo, man kann die nicht fällen. Belohnendes Game Design. Man kann die halt legit nicht fällen. Da kommt noch! Äh, der ist nett, oder? Wir stechen den ab, oder? Pasta de Lumataca de Pinde Pizza. Gedodged. Lass deine Wand stellen, oder so. Ey, der gibt doch richtig saftig Fleisch. Aber Uli, 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 jetzt rufen. Okay, scheiße. Oh, fuck, no. Oh, fuck, er hat mich nochmal. Ich bin Half-Life. Ja, ich hab, äh, ich jetzt auch, aber ich hab keinen Sperren mehr. Ja, es kann sein, ich bin... Wohin, wohin, wohin. Scheiße, er hat zurück aufs Boot, wa? Loh, da ist er! Loh, er kommt! Ab ins Wasser mit dir. Ne. Arschloch. Ich mach jetzt mal schnell mal Sperren. Ich geh aufs Boot. Kann der aufs Boot? Ja, wohin, Holz fehlt halt wieder, aber. Er kann nicht aufs Boot. Pizza, Pasta, demore, die es abe, du. Uli, komm her. Ich glaub, wir können ihn hier outsmarten. Ja, ja, wir können ihn outsmarten. Lass den einfach hier gegen das Boot rennen. Moecktest du mein Freund sein. Und Arrl. Der scheiß Opfer. Oh, scheiße, wo bin ich hier? Fucking Jörg, Achtung, der ist unter dir. Der ist im Sand. Ja, ich weiß, ich weiß. Komm wieder her, du, Uli. Ja, da ist es. Ist er da auf? Der Watzschwein aufgenommen. Hat gegeben, ein Kopf. Fleisch? Und kein Fleisch, nicht ein. Was? Ey. A-O-A. Dieses Spiel ist so unbelohnt. Max, das tut weh. Stopp. Alter, der fickt das Boot. Wir haben halt kein Holz. Sechs Stunden später. Also, ich glaub, hier gibt's noch irgendeinen krassen Vogel. Das hatte ich in meinen Patchnotes gelesen. Wir brauchen halt Essbares, falls wir irgendwie was finden. Wo? Ja, ich hab'n gehört. Okay. Da ist er. Kommt der wieder? Kommt der wieder. Den holen wir uns. Genau, wir dodschen den und snacken seinen Nest. Was hältst du davon? Jo, wir f***en seine Kinder. Ja, okay, gut. Wir müssen jetzt immer drüber reden, aber wir können sein Nest ja trotzdem snacken. Da ist er! Oh! Der ist nett. Der ist aber nett. Der ist eine Ziege. Herbald. Oh, ich hab sie gefickt. Drauf! Die entkommt uns nicht, Brand. Komm her. Füße da alles. Die lockt uns nach oben. Jo, Todesfalle. F***, Brand. Oh Gott. Alter, wann ist die denn tot? Wir haben Metallspeere. Das ist eine dumme kleine Ziege. Ja! Und jetzt? Hä? Nichts? Okay, nice. Weiter geht's, Brand. Oh, der Stein auf mich geschmissen. Ey, das ist wie bei Star Wars. Der Obi-Wan wurde auf seiner Kack-Insel lebt, weißt du? Du meinst Luke Skywalker. Mein ich ja. Was ist das denn hier? Eine fette Kiste. Und das war's. Nimm mir mal alles auf. Ich kann nichts mehr schleppen. Ich hab alles auf. Ich bin dein Muli. Geil. Ja, okay. Ist ein bisschen underwhelming, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wieso, aber ich hab ein bisschen mehr erwartet. Ich hab die Haie auf. Ajo! Jetzt weicht die Stein aufs Boot. Okay, ich hol ganz schnell das ganze Eisen. Okay, also ich hab sechs Pfeile. Ne, zwölf. Zwölf Pfeile. Aber reicht das? Ich sag mal, so wie es ist, ja? Muss reichen. Drei Wöchen später. Oh, Sonne geht auf. Aber gerade war der direkt hier unter uns. Oh, hier, hier, hier. Nein. Beifahrt. Oh. Ha! Ist er tot? Ne, hat mich gekehrt. Echt? Oder jetzt? Beifahrt. Ha! Ist er tot? Ne, hat mich gekehrt. Du kannst mich retten. Hey, jetzt muss ich dich tragen. Ja. Ich hab aber gleich Hunger. Du kannst einfach die Wand runter. Okay. Ja, aber wie? Gegen die Wand laufen? Ah, okay. Jetzt hab ich Hunger. Wir sind gefickt, Bram. Okay, geht, geht. Da ist das Bett, Bram. Das wird super close. Okay. Na, komm. Okay. Los geht die Folge. Er war. Oh, hat mich erwischt. Ah, daneben. Oh. Oh. Oh, komm. Ah. Er ist tot. Jawoll. Ich hab ne Errungenschaft bekommen. Steam-Errungenschaft. Ich hab ihn aufgenommen. Kreischer Kopf. So, Leute. Das war's. Raft ist durch. Ja, nice. Vielleicht kommt noch mal ein Part, wenn neuer Content kommt. Aber das war's jetzt soweit. Wir haben alle Viecher besiegt, die es zu besiegen gibt. Jörg. Darubert. Aber Jörg ist halt wirklich der Hassfein, muss ich sagen. Es war mir eine Ehre, dabei zu sein. Ja, ja, ja. Bis zum nächsten Mal. So ein Spaß, Alter. Und abonniert den O. So, das war's. Haut rein. Stopp und fiet's mit vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.